Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play BeamNG Drive Und ja, was ich mir jetzt mal auf Screenshots angeguckt habe und eben auch in der letzten Folge in die Kommentare geschrieben habe, was ich gar nicht wusste, ist Autos können jetzt Feuer fangen. Das ist richtig cool. Und ja, also ich habe das noch nicht gesehen, also ich habe es noch mal auf Screenshots gesehen und es selbst noch nicht gemacht und das will ich jetzt unbedingt mal machen, also seit dem Update. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal die T-75 Longhole Fifth Wheel Upfit Version, replace nehmen wir mal. So, und dann nehmen wir so einen schicken Wagen und hauen den so richtig in den Tank rein. Discharge, shoot, numbed, enter, backdoors, numbed, enter, return, left backdoor, und uh. Keine Ahnung, was das macht, aber okay. Egal. Dann wollen wir mal einen anderen Wagen spawnen, nehmen wir mal einen Sunburst, der hat nämlich schön Kraft. Nehmen wir mal die Standvariante, spawn new. Der wird jetzt sowieso aus einer schönen Höhe fallen. So. Gut, dann wollen wir dich hier unten reloaden und dann wollen wir mal in die Seite des Wagens fahren. Also mal sehen. Ihr sagt, das kann brennen und das stimmt ja auch. Haha, mal sehen, was es ist und ob wir es gleich beim ersten Mal schaffen. Und wie es dann aussieht. So, machen wir mal 16 mal langsam und fahren genau in den Tank rein. Ja, da ist Feuer. Wie geil. Wie geil. Was weiß ich, wenn wir jetzt Gas geben. Wie geil ist das denn? Die können einfach brennen. Feuer im Bim und Jeep. Oh, das ist ziemlich blöd, wenn man jetzt der Fahrer ist. Oh, das ist so geil. Haha, wie geil. Brennt das jetzt echt ab? Können wir hier rausfahren? Schaffen wir es raus? Ne, wir hängen glaube ich, oder? Dann müssen wir den Dacken annehmen. Schafft der es zu fahren? Wir fahren einfach einen brennenden Wagen. Einen brennenden Truck fahren wir. Ghost Rider. Okay, jetzt will er aber nicht mehr so ganz vorne. Vorne brennt es auch im Motorraum. Wie sieht es im Motorraum aus? Da unten brennt es überall. Hammergeil. Da raucht es überall Feuer. Hammergeil. Wie geil ist das denn? Vorne Kühlergrill. Brennt es auch raus. Hammergeil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Der hat kein Feuer gefangen. Fahr mal nochmal in die andere Seite rein. Dann dürfte es da auch anfangen zu brennen. Haha, wie geil. Und, ja. Oh, guck dich das an. Hahaha. Einfach Feuer im BMG. Das ist super geil. Und das liebe ich. Oh Mann, das ist. Ui. Das ist Ui, ja. So. Fahren wir mal los. Wir fahren einfach mit einem brennenden Wagen. Da vorne brennt der Tank noch ab. Da hinten, ja gesagt. Und wir haben hier auch noch den einen Tank unter uns stecken. Und unser Motorraum brennt. Genau, wir fahren nur ans Wasser. Soweit ich weiß, löscht es das. Oh Gott. Der Tank unter uns blockiert uns. Oh nein, das ist gerade. Klemmt unter uns. Nein, los. Schaffst du es ans Wasser. Wir müssen dich löschen. Ah, es wird ziemlich heiß in der Kabine. Komm, los, 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 los. So, und ab ins Wasser. Um uns zu löschen. Nein. Los, runter, runter, runter. Wir setzen auf. Los, runter mit dir. Scheiße. Der ganze Motorraum brennt. Fuck. Flammendes Inferno. Guck dich das an. Oh fuck. Los, weiter mit dir. Komm nicht weiter. Der Tank blockiert uns. Nein. Fuck. Da brennt er ab, der Gabriel. Oh man. Das ist nicht freundlich. Oh fuck. Ich gucke dich das an, wie geil ist denn das? Hammergeil. Er rollt weiter, können wir jetzt fahren? Ja, jetzt können wir weiterfahren. Hat's geschafft. Jetzt müssen wir nur ins tiefere Wasser. Ist noch nicht tief genug das hier vielleicht? Ja. Da löscht es schon ein bisschen in den weißen Rauch. Aber das meiste ist noch da. Jetzt sind das richtig tiefer. Also noch nicht chronoprozentig. Aber das müsstest löschen, oder? Oh. Wie geil. Wir haben ihn gelöscht. Haha. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir, Leute. Will ich jetzt gleich nochmal machen. Darf ich gleich nochmal reinfahren. So, okay. Das hat noch nicht gereicht. Wenn wir jetzt mal losfahren. Vielleicht kriegen wir dadurch so kaputt, dass es brennt. Okay, der brennt nicht. Vielleicht durch den Sprung. Uh, da sind wir schon ziemlich hart auf den Tank aufgeschlagen. Da haben wir ziemlich ramponiert. Und vorne brennt es. Ja. Der Motor. Da haben wir den Motor zu den Brand gesteckt. Haben wir geil. Da vorne brennt es drin. Wie geil ist das denn? Okay, müssen wir in den Tank rein. Achso, jetzt haben wir das ein bisschen. Das war blöd. Das war echt blöd. So, dann, ähm, will ich mal, will ich mal, will ich mal, wo können wir denn noch? Oh, PJ Hand müsste mir jetzt so viel mehr Spaß machen. Oh, das müssen wir mal ausprobieren. Oh, das müssen wir mal ausprobieren. Oh, oh, oh Gott. Achso, das haben wir jetzt gar nicht drin. Aber, wir stellen uns einfach mal ein paar Pichens hin. Und wenn dann mit dem BTR einfach rüberrollen. So, BTR, wo bist du? Ach, die haben wir jetzt auch nicht. Genau, stimmt. Der sollte es machen. Replace Current. So. Ah, sieht schon geil aus. Truck, ehrlich gesagt. Dann stellen wir hier so vier Pichens hin, denke ich mal. Spawn New. Machen wir alle schick in eine andere Farbe. Spawn New. Spawn natürlich in Achtung. Wir müssen einfach einmal umdrehen dann. So, und hier noch so ein schickes Grau. Spawn New. Und zu guter Letzt noch ein in Blau. Spawn New. So, einmal reloaden und hinstellen. Handbremse anziehen. Reloden. Hinstellen. Handbremse anziehen. Handbremse anziehen. Zurück. So. Reloden. Hinstellen. Handbremse anziehen. Und. Reloden. Hinstellen. Handbremse anziehen. Na ja, noch ein bisschen hinten. Okay. Reloden. Keine Handbremse anziehen. So eine Gas geben. Mal sehen. Ich weiß nicht. Ob das reicht, um die in Flammen zu stecken. Mit dem BTR werden wir das auf jeden Fall schaffen, denke ich. So. Da platzt Reifen. Das hört man schon. Okay, es brennt auf jeden Fall nicht. Ich fand, haben wir den Benzintank nicht beschädigt. Ja, die sind noch nicht so zerquetscht wie sonst. Wie vom BTR. Die werden dann eben weggeschoben und mitgerissen. Oh, genau. Das müssen wir jetzt auch mal probieren. Ähm. Klick. 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 Was? Den müssen wir jetzt machen. Mal Autos. Lassen wir mal Autos aufeinander knallen. Oh, der ist jetzt. Der ist jetzt. Das ist jetzt geil. Oh, Mann. Und vielleicht führt das ja auch zu einem Brand. Das müssen wir auch mal gucken. Ähm. Ne, den Pissimator gerade. Dann noch den Roamer. Ne, der Roamer ist zu stark. Fire Chief gibt es jetzt. Passend. So, ähm. 200 BX. Spawn U. Und dann noch einen Covet. Einen guten alten Covet. Ähm. Was ist da jetzt passiert? Bin ich jetzt auf Spawn U gekommen? Das wollte ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ähm. Ist hier jetzt etwas schief. Okay. Da wollen wir dich mal lieber zu einem Con. Con Replace Grant. So. Reifen, Platz und alles. Warte ich hier nochmal reloaden. Und die kleinen Traffic Cone. Da. Die ich reloaden auch. Und du bist jetzt zum Grand Marshal. Replace Grant. Jetzt hat es klappen. Hoffentlich. Gut. Dann wollen wir mal. So. F7. Spawn so gut. Ja, geht. Den Pitchin lässt du jetzt einfach ein Pitchin sein. Klick, 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 klick. Das war uns so gut. Passt. Den Pitch auch nochmal ein Pitchin. Ähm. Passt. Bim, 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 bim. So. Das ist mir ein bisschen schräg. Egal. Lassen wir jetzt so. Wobei es geht. Und F7. So. Und falls das noch nicht zu einem Brand... Ah. Wir haben ja noch mehr, oder? Ne, der Code war ganz unten, ne? Genau. Falls das noch nicht zum Brand führt, vielleicht dann der T75 da unten aufknallt. Wir gehen da oben ein bisschen schräg jetzt. Egal, machen wir es mal so. Und der sollte es nur wieder ausbrechen. So. Gut, alter Autoturm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autos. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups. So, machen wir gleich mal 16-fach langsamer. So. Da noch nichts. Kein Feuer irgendwo. Nope. Also man muss halt eben die Benzin-Tanks beschädigen. Muss man eben richtig gut treffen. Wenn einer mal das Reifen geplatzt, so eine gute Nesca-Mod macht, dann müsste das ja in der Theorie auch ein bisschen möglich sein. Zumindest muss ich da nochmal aufknallen. So. Dann der... Bowlight platzt die Reifen. Covid. Ah, ne, F7 war das. Und dann der... Komm, deine Tanks sind offen. Die sind perfekt zum Treffen. Ja, da ist Feuer. Da sehe ich Feuer. Da sehe ich doch Feuer. Und da sehe ich kaputte Physik. Guck dir das an, Alter. Das sieht schon geil aus. Schade, dass jetzt kaputt ist. Das ist eben für sich vorbei. Es klappt. Es ist eine Explosion. Es brennt wirklich. Oh, Mann. Oh, wie das abbrennt. Wie das abbrennt. Hahaha. Wie geil ist das denn, Mann? Brennt er einfach ab? Oh, Mann. Uh, das gefällt mir. Welche Wand, denke ich, ist der Gas? Da passiert immer was, glaube ich. Brennt das da alles ab? Die Covid brennt jetzt vorne auch. Reifen platzen. Klammergeil, das ist eine schöne Neuerung. Oh, der will nur Spaß mit haben. Da drin, der Grand Marshal brennt. Ach, der Covid, der guckt ja auch mal an, die Zerstatter ist. Man sieht einfach nur noch richtig Motorhaube rausgucken. Aber die brennt dafür. Ziemlich ordentlich. Boah, wie geil ist das? Da hält man die Reifen platzen. Und man sieht es auch. Platz noch an der Hitze, glaube ich. Ja, geil. Ja, stimmt. Die breiten sich dann aus durch die Dings. Dann baff. Geil. Ich finde eben alles in Bimogy simuliert. Das ist schon cool. Müsste jetzt eigentlich beim... Okay, die Temperaturanzeige funktioniert nicht. Oder? Da rechts war noch. Zeig, was denn da? Was haben wir denn da? Schickes. Ah, Gott. Viel zu schnell. Ne. Da sind die Druckwerte. Oh man, das brennt alles ab. Guck ich diesen Covid an, einfach. Haben wir geil. Also das macht Spaß. Damit wir dann viel Spaß haben. So, das brennt hier lichterloch. Aber wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Damit wir dann viel Spaß haben. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich tierisch fürs Zuschauen. Das ist von... Bis zum nächsten Mal, oder? Keine Ahnung. Ich bedanke mich tierisch fürs Zuschauen. Habt's gefallen. Hat's gefallen. Was würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und morgen müsst ihr auf jeden Fall auf den Kanal gucken. Denn da startet mit Kinoin das Gewinnspiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt's gefallen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.